Jetzt der FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Vorredner, der Kollege Dr. Münzenich, hat völlig zu Recht mit den Ereignissen in Halle seinen Beitrag begonnen. Nach solch einem Ereignis kann der Deutsche Bundestag nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Der Herr Präsident des Bundestages hat dazu angemessene Worte gefunden. Der Angriff von Halle war nicht nur ein Angriff auf eine Gruppe in unserer Gesellschaft. Wenn einige sich in unserer Mitte heute nicht mehr sicher fühlen können, dann wird sich morgen niemand mehr in Deutschland sicher fühlen. Deshalb waren das richtige Worte. Und Sie haben, ich teile das völlig korrekt, auch eine gewisse Verrohung unserer politischen Debattenkultur in einen Zusammenhang mit diesem Ereignis gebracht. Das hat zur Empörung in einem Teil des Deutschen Bundestages geführt. Den Kolleginnen und Kollegen der AfD will ich aber sagen, Herr Gauland hat die Gelegenheit verpasst, hier auch nur einen Satz zu den Entgleisungen auf Twitter zu sagen. Auch aus Ihrer Mitte gab es keine Distanzierung. Hier gilt, wer schweigt, stimmt zu. Und wenn Sie einen solchen Kollegen weiter einen Ausschuss des Deutschen Bundestages leiten lassen, dann sagt das etwas über Ihren Charakter in Wahrheit aus. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben unsere Unterstützung bei der Linie, die Sie skizziert haben mit Blick auf den möglichen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Wir haben, und das haben Sie ausgedrückt, ein Interesse an Intakten, an Vitalen, an partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen zu Großbritannien, auch über den Tag, auch über das Austrittsdatum hinaus. Aber, und das verkennt die AfD, wir haben nicht nur ein Interesse an zukünftig guten Beziehungen zum Vereinigten Königreich, wir haben auch ein Interesse an der Integrität der Europäischen Union für die 27, die gerne bleiben wollen. Und deshalb, Frau Bundeskanzlerin, teilen wir die Linie, die Sie skizziert haben. Die Türkei war ein Schwerpunkt Ihrer Rede. Und völlig zu Recht, uns erreichen schockierende, erschütternde Bilder aus Syrien. Mit großen innenpolitischen Auswirkungen bei uns, weil auch der innere Frieden in unserem Land bedroht ist, weil auch neue Migrationsbewegungen zu erwarten sind. Der türkische Präsident hat sich in einer für die internationalen Beziehungen nicht akzeptablen Weise über den Bundesminister des Auswärtigen geäußert. Heiko Maas erfährt hier im Haus oft Kritik. Nicht immer zu Unrecht. Aber wenn er von außen in dieser Weise angegriffen wird, dann stellen wir uns alle hinter ihn. Denn so geht man mit einem deutschen Außenminister nicht um. Und Frau Merkel, Frau Merkel, von Ihnen hätten wir uns in dieser Frage Türkei und Syrien mehr Klarheit gewünscht, als Sie sie heute geäußert haben. Wie klar waren die Äußerungen aus Deutschland bei dem Völkerrechtsbruch Russlands auf der Krim? Wir sehen jetzt in Thüringen dasselbe. Nämlich eine völkerrechtswidrige Invasion einer islamistischen Präsidialdiktatur. Und wir erwarten von Ihnen, dass Sie in Syrien, wir erwarten von Ihnen, Frau Merkel, dass Sie die völkerrechtswidrige Invasion der Türkei in Syrien klar ansprechen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass wir erpressbar geworden sind aufgrund der Flüchtlingspolitik der vergangenen Jahre. Und der richtige Schritt wäre, und der richtige Schritt wäre, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie jetzt einen Sondergipfel der NATO fordern, zusammen mit unseren Partnern in Frankreich und anderen in Europa. Es muss das Gespräch geführt werden mit Herrn Erdogan und mit Herrn Trump, wie die Region auf Dauer wieder stabilisiert werden kann. Da erwarten wir von Ihnen Führung im westlichen Bündnis. Ob es in dieser Zeit tatsächlich richtig ist, wo eine Abhängigkeit im Raum steht von der Türkei, Initiativen zu ergreifen wie die des Bundesinnenministers bei den Bootsflüchtlingen, wage ich in Zweifel zu ziehen. Herr Innenminister, Ihnen ist es noch nicht gelungen, die Rückführung von sich illegal in unserem Land aufhaltenden Menschen korrekt und wirksam zu organisieren. All das, was Sie an Zusagen gemacht haben zu den Rückführungsabkommen der vergangenen Jahre, hat sich in Wahrheit als haltlos erwiesen. Jetzt pauschal 25 Prozent der Bootsflüchtlinge aufnehmen zu wollen, das ist nichts anderes als Beihilfe zur Werbung für die illegalen Schlepperorganisationen. Von Ihnen hätten wir anderes erwartet. Von Ihnen, Herr Seehofer, hätten wir erwartet, dass Sie einmal wieder sprechen über die Hotspots in afrikanischen Transitländern unter Verantwortung des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Von Ihnen hätten wir erwartet, dass Sie über europäischen Grenzschutz sprechen, nicht erst Frontex 2027 auf volle Mannstärke bringen, sondern bereits vorher von Ihnen hätten wir erwartet eine Initiative für eine hoheitliche Seenotrettung im Mittelmeer und nicht pauschal eine Politik, der niemand im Europäischen Rat folgen will. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben hier Bemerkenswertes gesagt über die Haushaltsplanung der Europäischen Union 2021 bis 2027. Man konnte heute in der FAZ lesen, dass der deutsche Nettobeitrag auf über 30 Milliarden Euro von 13,5 im Jahr 2018 bis zum Jahr 2027 ansteigen kann. Sie haben hier heute das Wort von einem Rabatt in den Mund genommen. Sie haben gesagt, dass Sie bei Ihren Verhandlungen von einem 1-Prozent-Ziel der Wirtschaftsleistung als deutschen Beitrag ausgehen. Frau Bundeskanzlerin, diese Ihre Einschätzung teilen wir. Wie viel anders ist das aber als das, was Sie in Ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, wo Sie seinerseits von sich aus als deutsche Koalition angeboten haben, mehr in die Europäische Union einzahlen zu wollen, ohne die Frage zu stellen, wofür. Da müssen doch unsere Partner in Europa irre werden, wenn auf der einen Seite öffentlich angeboten wird, wir zahlen mehr und kurze Zeit später heißt es dann, Deutschland will einen Rabatt. Das ist nicht die Verlässlichkeit und das Leadership, das andere in Europa von Ihnen erwarten und das wir von Ihnen erwarten. Eine klare Linie wäre notwendig. Und dann muss man auch die Frage stellen, wie zukunftsfähig wird eigentlich der Haushalt der Europäischen Union. Ja, die SPD hat das sehr präzise aufgenommen, was Sie gesagt haben. Herr Schulz, der das in den Koalitionsvertrag hinein verhandelt hat, dessen Gesichtsausdruck hätten Sie lesen müssen bei der Passage Ihrer Regierungserklärung. Richtig ist aber, dass wir mal sprechen über die Strukturhilfen, die es gibt, die Struktur- und Regionalfonds. Welche Bedeutung und welchen Erfolg haben die eigentlich gehabt? Da müssen wir ran. Nicht pauschal mehr Geld für die Europäische Union zu geben, ist europafreundlich, sondern das Geld auf das zu konzentrieren, wo es einen wirklichen Mehrwert gibt, also Forschung, Außenpolitik, transeuropäische Netze, Grenzschutz und Innovation. Da erwarten wir Initiativen von Ihnen für einen anderen, für einen zukunftsfesten Haushalt der Europäischen Union. Und zuletzt, Frau Bundeskanzlerin, haben Sie gesprochen über den Klimaschutz und einen europäischen Green New Deal. In welchem Zusammenhang steht aber das Klimapaket, das Sie gestern im Kabinett beschlossen haben, zu einer europäischen Klimapolitik? Sie widersprechen doch geradezu einem europäischen Ansatz. Wir haben doch seit Jahren, um nur ein Beispiel zu nennen, seit Jahren haben wir einen Zertifikatehandel im Flugverkehr. Und was macht die deutsche Koalition? Sie machen einen Alleingang im nationalen Rahmen mit einer Verteuerung des Flugverkehrs. Das Ergebnis wird der sogenannte Wasserbetteffekt sein. Falls tatsächlich in Deutschland weniger Menschen fliegen, dann wird es ab 2021 nur so sein, dass anderswo in Europa die CO2-Zertifikate günstiger werden. Für das Weltklima erreichen Sie so nichts. Das Einzige, was Sie erreichen, ist, dass die ganzen Regionalflughäfen mit ihrer wirtschaftlichen Bedeutung in schweres Fahrwasser geraten. Das ist der einzige Effekt. Fürs Klima nichts, nur wirtschaftliche Belastungen. Und ich schließe, Frau Bundeskanzlerin, an dieser Stelle mit der Enttäuschung, dass gestern im Kabinett das Klimapaket beschlossen worden ist. Die CDU-Vorsitzende hatte einen nationalen Klimakonsens angekündigt. Parteiübergreifende Gespräche wurden angekündigt in ihrem Sommerinterview. Was wird daraus? Ein reguläres parlamentarisches Verfahren. Welche Autorität hat die CDU-Bundesvorsitzende eigentlich, wenn deren Ankündigungen belanglos sind? Und welches Interesse haben Sie eigentlich an einem parteiübergreifenden Konsens, der auch Regierungswechsel und Legislaturperioden überdauert? Gerade in der Frage des Klimaschutzes würde es darauf ankommen, Leitlinien zu beschreiben, die länger halten als nur zwei Jahre spätestens nach der nächsten Bundestagswahl, sondern die Planungssicherheit und Berechenbarkeit auch bis ins nächste Jahrzehnt geben. Es ist ein bedauerliches Versäumnis, dass Sie das Angebot der Opposition in dieser Frage in den Wind geschlagen haben. Scharftsinnige Rede von Christian Lindner, der sich hier vor den deutschen Außenminister stellte, gegen die Angriffe des türkischen Ministerpräsidenten. Das hätte der eine oder andere sicherlich auch von Angela Merkel erwartet, auch massive Angriffe gegen Horst Seehofer und den Willen, 25 Prozent der Flüchtlinge aufzunehmen. Das hätte der Flüchtlinge aufzunehmen können.